Und zum Schluss ein fast legendäres Handorgel-Duo, das aber noch sehr, sehr jung ist. Und extra für unsere Sendung sind sie nochmal zusammengekommen. Sie haben sich nämlich getrennt, sie gehen eigene Wege. Und darum freuen wir uns natürlich ganz besonders auf Adamo Heller und Urs Lötscher mit dem Sendifox. Einen schönen Abend miteinander. Einen schönen Abend. 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 Einen schönen Abend.